Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden. Also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Und heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieser handgedrehten Zigaretten, die den Fall Teerosen auslösten. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Hallo. Na, setz dich doch. Nee. Whisky. Ja, bitte. Na, Mist. Dass das ausgerechnet mir passieren muss. Na, schließlich hast du damit doch mal rechnen müssen. Prost. Ja, sicher. Ja. Geschnappt haben sie ja schon oft welche. Ja. Aber diesmal stecke ich bis zum Hals mit drin. Fünf Minuten vorher habe ich das Zeug noch verkauft. Ich bin gerade noch rausgekommen mit meinen Blumen. Wenn die mich bloß nicht verpfeifen. Das glaube ich nicht. Ja, ja. Kann ich noch einen haben? Damit würden sie sich nur selbst dran halten, weißt du? Ja, sie wissen das vielleicht. Aber die? Sind sie von denen schon mal in die Mühle genommen worden? Ich kann ihnen genau sagen, was passiert. Spätestens in einer Stunde sagen sie denen alles, was sie wissen wollen. Und ich wette, wenn ich heimkomme, warten die schon auf mich. Ach, Quatsch. Ja. Oder morgen. Oder übermorgen vielleicht. Einmal erwischt's mich. Und die anderen lachen sich nass. Welche anderen? Glauben sie, ich weiß nicht Bescheid? Aber diesmal haben die Herren sich geirrt. Die Suppe löffle ich nicht alleine aus, das sage ich ihnen. Ich nicht. Ich packe aus. Sie werden sehen. Ach, das ist doch alles Unsinn. Wenn die glauben, sie haben einen dummen gefunden. Komm, 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 komm. Du kennst die Leute doch gar nicht. So? Ich könnte ihnen ein paar Namen nennen. Ah ja? Von ein paar Arabern zum Beispiel. Die dicke Wagen fahren und ich sage ihnen, nicht mehr lange fahren. Ich weiß gar nicht, was du... Sieh noch. Warum du dich so aufregst. Sie haben gut lachen. Mich haben sie gesehen. Mich haben sie gesehen. B. Horriba. Weit vorn. Und langsam zurück. Weit zurück. Ich bin die Hände. Ich bin die Hände. Ich bin die Hände. Ich bin die Hände. Passt mal auf. Das war schon ganz gut. Alle Gieser bitte mal das Telefon. Arm noch gestreckt. Hoch. Schultern runterdrücken. Hirsch, wir können nicht erstmal schicken. So, jetzt ist die Hände. Chef ist die Hände. Studio Franka Berg. For de bra. Sohn. Walaia takala, Mali. Bin Yosef. Und ruhig zurück. Weit zurück. Weit zurück. Arme, strecken. So. distinctly. So. Und jetzt die andere Seite. Wie? G noticed. So ist gut. So ist gut. Bis jetzt ist doch noch gar nichts passiert. Mir reicht's. Das Beste wäre es, ich ginge gleich freiwillig. Wenn ich bei der Polizei auspacke, komme ich sicher billig. Warten wir es an. Wo denn? Zu Hause vielleicht? Ich an deiner Stelle würde jetzt vor allem die Nerven bewahren. Und was mache ich damit? Das kommt mir wie Ihr Ruf. Kostet? Ein andermann. Na schön, dann werden wir uns ja darüber einig. Das beweist überhaupt gar nichts. So? Da bin ich anderer Meinung. Sie haben das Zeug bei uns am Tisch gefunden. Aber muss es deshalb uns gehören? Nicht wahr, Silvia? Na klar. Ist ja zu dumm. Darauf stellt Ihnen kein Richter-Nachbefehl aus. Das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen, meine Herrschaften. Übrigens, das durfte Sie als angehenden Juristen interessieren, die Aussage der Schülerin Eva Kramer. Sie wurde von Ihnen zum Halschischrauchen verleitet. Von uns? Ich habe euch ja gleich gesagt, die soll die blöde Gans aus dem Spiel lassen. Na also. Nun kommen wir doch endlich weiter. Ja. Und jetzt sagen Sie uns nur noch, wo Sie das Zeug herhaben. Dann können Sie gleich nach Hause fahren. Wir werden das. Ach, lass mich, Jim. Lass mich doch an Sie nicht den ganzen Tag anfügen. Erzähl mir doch nicht immer die Rettelben Quatsch. Interessiert es mich doch überhaupt nicht. Kommt, die Tour kenne ich doch schon. Ja, dann lässt es hier bleiben. Fahr zu. Hallo, Gino, was machst du denn noch so spät? Immer noch im Geschäft? Gerade bin ich fertig. Aha. Bist du allein? Ja, ich habe mich eben verkracht mit Egon. Was, schon wieder? Ja, der spinnt doch immer. Trinkst du ein Bier mit mir? Komm. Nee, ich muss nach Hause. Bin müde. Ach, du bist ja langweilig. Komm doch mit. Ach, denkste. Ich habe Zeit. Ja, du sagst ihm schon. Ist ja auch egal. Von irgendeinem Blumenhändler. Und wie heißt er? Weiß ich nicht. Die Leute nennen ihn Gino. Ja, sag mal, Rettel, wir hatten doch damals so einen Blumenhändler. Nennt sich Gino. Ja, richtig. Ach, Georg Brandl heißt er. Dann ist er ja gar kein Italiener, oder? Ah. Dann stellen wir gleich die Adresse fest und schicken den Wagen hin. In Ordnung. Isar an Isar 19. Isar 19. Richtig. Schalten Sie bitte auf I. Moment. Fahren Sie Nikolai Straße 17. Ich wiederhole. Nikolai Straße 17. Der Name ist Brandl, Georg. Der Name ist Brandl, Georg. Brandl, Georg. Nikolai Straße 17. Verstanden. Ende. Also dann los. Was? Ja, ich habe was bei mir. Achtung! Es ist nicht die Zeit. Die zweite links? Nee, noch eine weiter. Unterbau der erste Stock. Ich kann nur hier oben sein. Ich schau mal hier drüben nach. Komm doch, der ist doch sicher nicht zuhause. Da ist kein Mensch oben. Nein, der treibt sich irgendwo herum. Was tun wir? Ach was, das werden die Kollegen von der Frühschicht übernehmen. Ich schau mal hier hin. Ich schau mal hier hin. Ich schau mal hier hin. Was? Oh. 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 Na, Löffler, lange haben Sie es nicht ausgehalten im Sanatorium. Ich war immer leichter voll. Knappe 60 bis 70 Kilo, schätze ich. Ich bin auch kein Schwergericht wie Sie, Herr Kommissar. Hier, bitte, bedienen Sie sich. Wenn es auch nicht Ihrer Marke ist. Fangen Sie bloß nicht mit den alten Schichten an. Damit Sie es wissen, das könnte ich mir gar nicht mehr leisten. Ziemlich teurer Spaß geworden heute. Wenn man scharf drauf ist... Das halten wir eben. Wollen Sie mich vielleicht aufs Glatteis führen? Gut, denken Sie ihn. Ich habe ganz andere Sorgen. Ich habe da so eine Mordsache. Mordsache? Was habe denn ich damit zu tun? Hat er kein Mensch gesagt? Herr Kommissar, ich merke doch, dass da was nicht stimmt. Ach, Löffler. Wo waren Sie denn beispielsweise gestern Abend? Spätdienst. So. Frau Lichty, verbinden Sie mich doch bitte mal mit der automatischen Waschanlage Clearing. Ist gut, Herr Kommissar. Ah, hat sie schon erledigt, Frau Lichty. Also schön, ich war bei meiner Freundin. Für meine Frau habe ich natürlich Spätdienst gehabt. Könnte man vielleicht Namen und Adresse der Dame erfahren? Kommt das vielleicht in die Zeitung? Das freut man auch bei meiner Frau. Bleibt unter uns, Löffler. Na? Goldi Bergmann. Ach, Goldi. Ist ja goldig. Erika Bergmann natürlich. Für mich heißt sie ja Goldi. Rohrsteig elf. Können Sie was besorgen? Vom Automaten? Ach, komm, komm. Hasch mich. Ich bin der Frühling. Für Sie? Dann pass mal auf. Ach, entschuldigen Sie vielmals. Aber ich kann jetzt wirklich nicht mehr länger warten. Ich muss ja nach Hause und... Moment, ich frag mal. Herr Niklas, Frau Thumer muss dringend nach Hause. Sie hat es sehr eilig. Ja, ja, wir sind ja gleich soweit. Augenblick noch. In Ordnung. Sie haben gehört, die sind gleich fertig. Noch eine Sekunde. Na, okay. Na, ist ja schön. Wann wollen Sie mit dem Mann reden? Na, heute Nachmittag vielleicht. Bei Ihnen in der Firma. Ja, gegen vier. Ja, mal sehen. Wiederschauen, Herr Kommissar. Wiederschauen, Herr Löffler. Frau Thumer kann bitte kommen. Na, sehen Sie, wir sind schon fertig. Sie können reingehen. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Entschuldigen Sie, aber ich habe nun wirklich nicht mehr viel Zeit. Sonst geht mir die Heizung aus. Ja, das sind ja nur noch ein paar Fragen. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Thumer. Ich kann Ihnen nicht mehr darüber sagen. Die Mordkommission hat mich zwei Stunden lang über ihn ausgequetscht. Und jetzt muss ich wirklich... Ja, 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 wir sind ja gleich fertig. Ja, sehen Sie, Frau Thumer. Wenn man mit dem Mieter zwei Jahre lang im selben Haus wohnt, dann lernt man ihn doch ein bisschen kennen. Nicht wahr? Ach, nicht mehr als alle anderen Mieter. Na ja, und alleinstehender junger Mann. Nett, ohne Reichtümer. Ich meine, es fordert doch geradezu heraus, dass man ihm ein bisschen unter die Arme greift, mal einen Knopf vernäht, Suppe kocht. Na ja, das schon. Anfangs wenigstens. Na und dann? Meinem Mann war es nicht recht. Eifersüchtig, was? Er ist den ganzen Tag auf dem Bau. Na ja, Herr Brandl ging ja erst immer abends weg mit seinen Blumen. Nee, das macht er erst seit einem halben Jahr. Damals war er doch noch beim Theater. Was hat er dann da gemacht? Gesungen, im Chor. Warum hat er da aufgehört? Warum wohl? In der Sofa steckt doch immer eine Frau. Mhm. Haben Sie sie gekannt? Vom Sehen. Die war auch bei dem Theater. Tänzerin oder sowas. War nicht mehr die Jüngste. Und Schöne war schließlich Anfang 20. Guten Tag, Entschuldigung. Sind Sie da verhört? Ja, bitte. Was wollen Sie denn? Können Sie mal einen Augenblick sprechen? Kriminalobermeister Baumann, das ist mein Kollege Lede. Ja, selbstverständlich. Wenn ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein kann. Ach, Sie kommen sicher wegen dem Warten. Das kam vorhin schon im Radio durch. Ja, er war doch hier im Theater angestellt. Als Chorsäger. Ja, ja. Der wurde doch auch Sino genannt, nicht wahr? Ja, stimmt. Können Sie uns da mal um den lassen, oder? Ja. Entschuldigen Sie, Herr Ludwig. Ja, Förtner Operette? Nein, Probe ist schon aus. Ja, also das war vor einem halben Jahr. Der Brando kam völlig besoffen zur Vorstellung. Es war Premiere Maritza. Er spielte den Offizier im ersten Akt und hat dem Tenor das Lied vollkommen geschmissen. Das stand sogar in der Zeitung. War das der Einzige, oder? Wiedersehen. Wiedersehen, Frau. Wiedersehen. Der Daxi ist schon da. Ja, ja. Die war auch nicht ganz unschuldig da. Wer war denn da? Das ist Franka Berg, unsere Ballettmeisterin. Der Brando hat bei ihr Stücken genommen. Der war völlig verletzt nach ihr. Und Sie? Sie? Na, Sie kennen ja den Typ. Die hat es nicht lange bei einem aus. Jetzt hat sie schon einen Ausländer, einen Araber, glaube ich. Tja, das wäre es wohl. Ja. Schönen Dank für die Grausdruck. Bitte schön. Wiedersehen. 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 So. Gehst du dich? Ja, ich muss zum Nase wieder mein Gesicht abholen. Vielleicht komme ich noch beim Friseur dran. Nein. Du hast dich hübsch machen. Für die Männer in Tange. So. Ich denke, du willst deine Familie besuchen. Ja. Untereinander. Also. Hoch und seit und vor und ab. Und hoch und seit und vor und ab. Und jetzt das linke Bach. Hoch und seit und die Knie durchgegriffen. Und hoch und seit und vor und ab. Schön. Jetzt beide Arme nach vor und vor und. Herr Lähnchen, Bach nochmal. Bitte. Nochmal. Vor und rück. Und ab und vor und seit. Oh. Das kommt ein kleines Roller. Ist Frau Berg da? Ja. Wollen Sie sich sprechen? Ja. Sei so gut. Wohl sind wir. Und die Arme aufgestützt und die Füßchen an den Kopf. So ist schön. Da ist es hier. Wer denn? Zwei Herren. Zwei Herren. Wart denn, Augenblick. Aber seid schön leise, ja? Frau Kall. Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte, dass wir hier so eindringen. Aber die haben doch eben im Theater gesehen. Sie sind von der Polizei. Dann wissen Sie ja auch, weshalb die Züge kommen. Macht mal alleine weiter. Aber seid schön brav, ja? Bitte. Danke schön. Sie kommen wahrscheinlich wegen diesem Gino. Man hat mir im Theater davon erzählt. Bitte eine Frage, Frau Berg. Wann haben Sie Gino zum letzten Mal gesehen? Moment mal, das war ungefähr vor einem halben Jahr. Ja, ich weiß nicht, was ich... Ja, Sie haben doch gut gekannt. Es handelt sich schließlich um einen Mord. Ja, bitte. Dankeschön. Was habe ich damit zu tun? Wir haben lediglich ein paar Fragen an Sie. Sie scheinen aber doch sehr gut informiert zu sein. Da werden Sie auch wissen, dass wir uns vor einem halben Jahr getrennt haben. Und seitdem haben Sie nicht mehr getroffen. Doch, ich habe ihn gesehen. In Schwabing als Blumenverkäufer. Er hat nicht nur Blumen verkauft. So? Was denn noch? Rauschgift. Ach, Schisch. Und wir vermuten, dass er... Das hat er... Entschuldigung. Es hat ein bisschen länger gearbeitet. Die beiden bringen Sie gegen den Abend. Wir haben Sie von der Polizei. Das ist Ali Ben-Josef. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Angenehm. Sie leben in München? Ja. Ich bin so frei. Ah, neu? Ja. Arbeiten Sie auch hier? Ja. Als Klavierspieler. Sie sind also hier in einem geregelten Arbeitsverhältnis? Ja, alles in Ordnung. Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigung, Steueranmeldung, Alkohol. Alkohol? Auf Deutsch alles. Ich bring das schnell in die Küche. Ihr Deutsch ist ausgezeichnet, Herr Ben-Josef. Vielen Dank. Wollen Sie schon lange hier? Ungefähr ein Jahr, nicht wahr? Ja. Vorher waren wir in Paris. Wir? Ja, meine Schwester Fatma und ich. Entschuldigung. Wohnen Sie auch hier? Nein, sie hat ihr eigenes Zimmer. Darf ich Ihre Adresse haben? Ja. Aber ich denke, Sie werden sie dort nicht finden. Sie arbeitet. Bei dem Bildhauer Palm, Ungerer Straße, 25. Eine Sekunde. Guten Tag. Guten Tag, Herr Palm. Entschuldigen Sie die Störung. Guten Tag. Baumann. Das ist mein Kollege Riedel. Freut. Sie haben ja sehr schöne Sachen gemacht. Ach, das ist nicht von mir, das ist noch von meinem Vater. Womit kann ich die nicht sagen? Wir wollen ein paar Fragen an Frau Nussuf stellen. Fragen? Sind Sie von der Polizei? Ja. Hat sie was angestellt? Aber nein. Das hätte mich auch gewundert. Sie könnte nicht... ...mal bei Rotlicht über die Straße gehen. Ja, sie ist eben in die Stadt gefahren. Bitte wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Wir haben sehr wenig Zeit. Wir müssen zu einer dringenden Besprechung. aber würden Sie so freundlich sein und dir diese Karte geben, sie möchte zu mir ins Präsidium kommen. Heute noch? Ist da eine reine Routineangelegenheit. Sie wissen ja, es hängt mit Ihrer Arbeitserlaubnis zusammen. Es gibt da bürokratische Anordnungen, die... Naja, das wär's. Wiedersehen, Herr Paar. Bitte schön. Vielen Dank. Schönen Dank. Wiederschau. Sie müssen sich ja auch noch mitnehmen. Schaff doch endlich das Zeug weg. Ich will es keine Minute länger im Haus haben. Das Bisschen? Kaum der Rede wert. Überlass das bitte mir. Für das Bisschen gibt's fünf Jahre. Okay, Chefin. Ja, bitte? Ach, du, Partner, wir bist denn durchgegangen. Tür war offen. Ich finde, wir sind lasgegangen. Nachher, da ist es da. Gut, schütteln. Nachher, da ist es da. Die Polizei war hier. Ich weiß, bei uns auch. Ich muss gleich hin. Wohin? Was ist los? Sprechgewehr ist deutsch. Oh, entschuldige, aber ich muss mich bei... Also... Welche Maschine? Die hier um 20 Sekunden nach Genf, dann weiter nach Tanken. Wann kommst du zurück? Übermorgen mit der Mittagsschein. Ja. Und dann wird es diesmal aus dem Zoll. Wird sich schon jemand finden. Du bringst die Sache wie immer zum Zoll, gibst mir den Aufbewahrungsschein. Wo fahren wir es hin? Bleiben wir bei der Zügelei. Okay, ciao. Bis dann. Mit anderen Worten, wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte. Ja, und was ist mit dieser Ballettmeisterin? Nur weil sie mal diesen Blumenhändler gekannt hat? Aber sehr gut gekannt hat. Und wenn ich an diesen Araber denke... Ein Schriedl. Hier ist doch der Bericht über den Mann. Da ist doch nichts drin. Na, ich weiß nicht. Ich habe so ein Gefühl, als wäre... Wir lesen es so viel Tausend und eine Nacht. Nicht jeder Araber ist ein Rauschgifthändler. Na, konkrete Vorschläge? Abwarten. Was abwarten? Das Ergebnis der Mordkommission. Sie meinen wohl das Endergebnis, was? Können wir langer warten. In der Zwischenzeit müssen wir Informationen sammeln. Jede Information, ob wichtig oder unwichtig, kann interessant sein. Tja, eine Fleißaufgabe, meine Herren. Wir sollen uns wohl wieder mal amortisieren, was? Genau das. Und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, ja? Sind Sie zu Hause? Ja, 22 Uhr. Bis dahin? Privatleben. Was dagegen? Ja, 22 Uhr. Ja, 23 Uhr. Ja, 23 Uhr. Oh, verzeihen Sie bitte. Können Sie mir helfen? Ich muss zu Baumann, Zimmer 112. Zu Herrn Baumann? Da brauchen Sie bestimmt nicht drauf zu laufen. Die Herren sind sicher nicht mehr da. Ja, aber wieso? Ich bin doch herbestellt. Augenblick, ich ruf mal auf. Da haben Sie Glück gehabt, da kommt der Chef des Zitze ein Herz. Verzeihen Sie, Herr Kommissar. Ja, was gibt's denn noch? Junge Dame sagt, sie ist bei Herrn Baumann bestellt. Ich dachte vielleicht, ich dachte vielleicht, dass Sie... Ah ja, danke schön. Bei Baumann. Ja. Ah, tut mir leid, der ist schon weg. Wie war denn Ihr Name? Fatima Yusuf. Ach, voll an Yusuf. Bin im Bilde. Aber ich bin in furchtbarer Eiler. Macht das Ihnen was aus, wenn Sie morgen nochmal vorbeikommen? Oder vielleicht übermorgen? Bei Ihnen? Ja, bei mir. Wiedersehen. Wiedersehen. Tag, Schröder. Ach, Herr Kommissar. Na, Schröder? Grüß Gott, Herr Kommissar. Ansonsten waren ich für mich? Nehmen Sie vielleicht den da. Was ist mit dem hier? Nein, der muss erst waschen werden. Nö, der ist genau richtig. Den nehm ich. Bitte. Und Sie meinen, Herr Kommissar, so? Ich habe auch noch einen Geländewagen für Sie, Herr Kommissar. Ja, ja, schon. Ich habe auch noch einen Geländewagen für Sie. Ist der Mann schon da? Ah, da kommt er ja gerade. Hast du das mit? Ja, auf deine Verantwortung. Ist der auch in Ordnung? Na, was ich dir am Telefon gesagt habe. Das läuft. Der Bekannter vom Joe. Na schön. Ich muss wieder rein. Warte auf ihn hier. Ich schicke dann raus. 6 Mark. Und da ist dann auch das Wachs mit dabei. Eine Mark für das Wachs. Und muss das sein? Na, wir können es halt nicht. Nein, du sie wollen nicht. Nein, nein, ich nicht. So, bitte. Danke. Eine Wäsche, bitte. Danke. 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 Ja, er wartet da draußen, der Große mit dem dunklen Mountainbord. Na, was sind Sie für ein Landsmann? Soll es in Grieß sein, oder was soll das? Haben Sie was dabei? Natürlich, es wäre echt ob nicht hier. Zufrieden? Nicht schlecht, wie viel kann ich denn davon haben? Wie wollen Sie denn? Nur sagen wir ein bis zwei Kilo. Na hören Sie, mach es nur im Detail. Nein, wenn Sie größere Mengen brauchen, dafür sind andere Leute zuständig. Ach, Sie können doch das arrangieren, hm? Weißt du, kann ich, wer Sie sind? Oh, ein Mann, der Ihnen Haschisch abkaufen will. Genügt das nicht? Oder muss ich Ihnen noch meinen Lebenslauf erzählen? Also, was ist? Ja oder nein? Ach, Gott. Treffen wir uns morgen Abend, sagen wir, zehn Uhr, Bahnhofskino, rechte Seite, ganz hinten. Passt Ihnen das? Ja, okay. Also, bis morgen. Bis morgen, bis morgen. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist denn das? Hlauwe? Mönchere Adn-Muhammaß? Samlala Ziza? Sisam, Matkohun, Fakir? Wir nehmen Saisam. Was ist denn der Lai? Das hat leider noch nicht geklappt mitgenommen. Aber Qualität 3 können Sie haben. Kostenpunkt? 5.000 Mark pro Kilo. Nur sagen wir 4, an Grob-Reis. Das ist schon an Grob-Reis. Aber doch nicht für einen Dauerabnehmer. Auch alle 6 Wochen 5 Kilo. Was? Alle 6 Wochen 5 Kilo? Mhm. Kann ich unbedingt allein entscheiden. Wann lassen wir es eben? Moment, Moment. Oder Sie bringen mich mit Ihrem Boss zusammen. Macht das schon, dass Sie mit ihm sprechen können. Ist noch heute nicht gegangen. Wann? Treffen wir uns doch morgen Nachmittag. 2 Uhr. Kollierplatz. Bei den Telefonzellen, die kennen Sie doch, ne? Okay. Na, was ist denn? Entschuldigung. Ja. Hier wurde unter anderem gezeigt, was morgen in den Küchen den Hausfrauen helfen soll. So, dann haben wir also alle Möglichkeiten durchgesprochen. Hm. Ich wiederhole nochmal. Wir fahren jetzt sofort zum Kollierplatz. Ich geh schon mal. Ja, ist gut. Sie kommen nach. Danke. Wir warten, bis der Mann zu Ihnen einsteigt und bleiben Ihnen dann auf dem Fersen. Ja, ist gut. Also los. Und, äh, ihr greift nicht eher ein, bis ich euch ein Zeichen gebe. Ist klar. Alles klar. Das war's. Na, wo fahren wir hin? Flugplatz. Und wie geht's weiter? Das werde ich schon erzählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen, wo ist die Gepäckaufbewahrung? Gepäckaufbewahrung, gehen Sie bitte da ins Büro rein. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie irgendwas anzumelden? Nein. Gar nichts? Nein, nichts. Nein, nichts. Bitte sehr. Würden Sie bitte die Tasche für mich aufbewahren? Ja, bitte. Die wird später aufgeholt. Alex, eine Zollaufbewahrung. Ja, sofort. Einen Moment noch, die Medieferung. Grüß Gott. Ja, bitte. Bitte, ein Stück. Ja, die Tasche. Bitte schön, gnädig Frau. Danke. Auf Wiedersehen. Herr Fitzek. Ja. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Haben Sie die Schlüssel? Ja. So, jetzt gehen Sie zum Kiosk und verlangen den nächsten Plakasarblanca. Plakasarblanca, dem... Und dann? Dort spricht sein Bekannter an. Ah, da bin ich ja neugierig. Ah, da bin ich ja neugierig. Nee, warten Sie mal. Das mach ich. Bleiben Sie hier, behalten den Kerl im Auge. Gut. Bin gleich wieder da. Da hast du ihn. Ah, das Gepäck. Alles klar, so ist gut. Ja. Mhm. Haben Sie denn eine Casablanca, dem her? Casablanca, dem her? Haben Sie nicht. Sie können meine Zeitung haben. Fred. Wie geht's Ihnen? Danke. Ausgezeichnet sehen Sie aus. Richtig erholt. Wie geht's der Familie? Ja, gut. Alles gesund? Ja. Fliegen Sie gleich weiter? Ja, nach Frankreich, erst nach Paris und dann weiter. Aber Zeit auf den Trink, machen Sie noch. Ja, doch. Übrigens, Gruß aus Marokko. Ah, der Gepäckschein. Ganz richtig. Danke. Bitte schön, mein Herr. Danke. Die Aufbewahrung macht 50 Pfennig. Haben Sie irgendwas anzumelden, bitte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ah ja. Machen Sie doch mal auf. Bitte. Da ist, das gehört meiner Frau. Und die Büchse, was ist denn da drin? Hier, das ist ein orientalisches Gewürz. Darf ich mal? Sesam heißt das. Ein Gewürz? Mhm. Arabisch. Arabisch kann ich leider nicht. Mhm. Schwere Sprache. Ist schon gut. So. Dankeschön. Das wär's, ja? Das wär's, ja. Gut. Wiederschauen. Wiedersehen. Na? Was ist? Ben Yusuf. Der Klavierstuhl. Hat den Chef am Zeitungsstand begrüßt wie den alten Bekannten. Dann hängt also dieser Ben Yusuf mit drin. Garantiert. Also doch, tausend und eine Nacht. Da kommt er. Die Tasche hat er bei sich. Schwierigkeiten gehabt? Ne, alles in Ordnung. Na wunderbar. Wo geht's jetzt hin? Das ist zu kompliziert. Lassen Sie mich fahren. Gut. Also. Ali. Ali! 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 Schau mal in den Spiegel. Der folgt uns doch hier. Ach Quatsch, die kommen auch vom Flughafen. Ist doch eine öffentliche Straße. Wolltest du dir nur sagen? Ja, schon gut. Außerdem, die hängen wir gleich ab. Achtung. Bestatten? Habt ihr noch ein paar Schranken? Verfluchter Mist! Rufen Sie die Zentrale an. Sie soll die Landpolizei verständigen, dass sie auf den Wagen achtet. Sie sollen aber nichts unternehmen. Nur beobachten und Meldungen an die Zentrale. Isar von Isar 46, bitte kommen. Isar von Isar 46, bitte kommen. Isar von Isar 46. Durchsage für Landpolizei Ordeon. Meldung über Durchfahrt eines Pkw. Polizeiliches Kennzeichen. M-H-Y-5-76. Was ist denn los? Was? Und den Oberführerigen auch nicht? Ja, ist gut. In der Ordnung. Halten Sie an. Was ist denn los? Der Wagen ist nirgends durchgekommen. Die können ihn auch übersehen haben. Ach, wo? Glaube ich nicht. Wir müssen ihn längst überholt haben. Drehen Sie um. Drehen Sie um. Oh, sehr gemütlich hier. Oh, ich bin nicht ganz zufrieden. Genau, fünf Kilo. Aufmachen. Na, was denn sonst? Bitte. Gib her. Probieren? Na, was denkst du denn? Na? Hm. Mach mal noch einen anderen auf. Welche? Na, den da. Misstrauisch. Stichbar. Da bleibt denn eigentlich euer Boss? Oh, der kommt schon noch. Ali! Ali, Alter, dann geben wir noch Schuhe da. Ali! 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 Oh, it's me! Wie ist es gut? Messerstich. Aber er lebt. Ich hol den Krankenwagen. Kommissar, geht's. Komm, weg! Sie, Ferry? Agfa Berg. Was gibt's denn? Ich dachte, das wäre Ali. Wir wollten nämlich zur Sache weglegen. Ja, wir haben Pech gehabt. Wieso? Tja. Polizei? War Ali dabei? Ja. Dann kommen wir schon. Also, was ist los? So reden Sie schon. Ja. Da war so ein Unfall. Ist alles so rasch gegangen. Palmer und Fatima sind gerade noch rechtzeitig weggekommen. Ja. Und? Ali war schon tot als... Palmer und ich flüchten mussten. Ja. Zorn Sie auf. Ja. Was wollen Sie denn jetzt machen? Sicher bitte die Polizei kommen. Sollen Sie doch? Hier ist nichts zu finden. Mir ist nichts nachzulassen. Gehen Sie. Ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun, dann. Wenn ich Ihnen trotzdem irgendwie behilflich sein kann. Bitte geht's. Schon gut, Frau Gerhard. Wie wäre es mit ein bisschen Trauer? Hm? Du bist ja immer noch nicht fertig. Was denkst du dir eigentlich? Um 6 Uhr geht deine Maschine. Hörst du mir überhaupt zu? Ich kann doch jetzt nicht weg. Nur zu auch. Soll das ein Witz sein? Sag es mir an mich auf die Nerven. Verplepperst die Zeit. Ja, mich hat der Kommissar nicht gesehen. Aber dich, so wie der Wursche zu sich kommt, stehen Sie hier vor der Tür. Die kommen sowieso, ob ich weggehe oder nicht. Ja, bei mir können Sie nichts beweisen. Verstehst du? Den Kram liegen. Ich schicke ihn dir. Also gut. Du weißt genau, es war ein Unfall. Das weißt du doch, Fatima. Hast du mit eigenen Augen gesehen? Ja, ja. Ich hab's alles gesehen. Ja. War Schicksal. Schicksal. Jawohl, genau. Mach mir nichts vor. Immerhin hat der Gino rumgelegt. Ist besser so. In deinem Auftrag. In zwei Minuten bist du fertig. Angeln. Angeln. Ön. An ca. Und mein. Ön. Dich. Böhm. Dich. Ja, Ungarische Straße 25. Sie kennen das Haus, ja. Und der Besitzer auch. Ja, Rüdiger Palm. Wer ist der, den Sie suchen? Ja, aber schnell. So, das ist ja erledigt. Komm, lass mich, ich mach nur die Tasche fertig. Hast du alles? Ja, ich glaube, ich bin von der Schein. Komm, steck's in die Reisetasche. Ja, los, lass mach schon. Was ist denn noch? Ja, ich hab nur von der Schein. Was ist denn hier? Ach, bitte, ich häng sein. Was du aufhörst. Komm, was stehst du hier rum? Komm, marschen. Komm, schließe ich hier die Karrages nicht wieder auf. Komm, schließe ich hier. 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 Was ist noch? Ein Einscheinbrück, bitte. Ja, ich hab jetzt keine Zeit. Schließe ich hier vorne in den Kasten. Das geht nicht, Sie müssen mir unterschreiben. Ja, nein, 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 bitte. Bitteschön. Oh, unten. So, bitte. Danke. Bitte. Steigen Sie aus, Herr Fall. Ja, bitte. Sie sind verhaftet. Diego года ist auf, Herr Fall. Ja, bitte. Höfer Musik 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 Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jene Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Und heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieser handgedrehten Zigaretten, die den Fall Teerosen auslösten. Wir sehen uns die Geschichte dieser Handelsäcke. Weißt du, dass die Türfäcke der Schreiber flog 대�führeste von die Türfäden auslösten? Wir sehen uns die Türfäden. Wir sehen uns die Türfäden auslösten. Wir sehen uns die Türfäden. Das hat einen Augenblick auf gemacht. describing die Türfäden auslösten immer mehr zählen. Es ist diesesмет Die Türfäden auslösten wird mit dem Frauchen, den Grünen. Es ist unser Settings und erinnere Finance. Ge 잡elt die Türfäden auslösten. Ja, komm, geh mal eben woanders nach der Seite. Na, schau mal die dort. Oh. Da, das Mädchen. Oh, so groß, oh Gott, ganz schön voll. Ja. Na, das ist ja wohl nicht drin. Na, Frau Lann, Sie wollen doch nicht etwa fahren in dem Zustand. Mir ist ja schlecht. Können Sie mich nach Hause fahren? Erst müssen Sie mal verarztet werden. Sie vertragen wohl nichts, hm? Ich hab nichts getrunken. Ganz klar, wie immer kein Tropfen. Kommen Sie. Na, schön vorsichtig. Na, geben Sie mal einen Schlüssel her. Papiere? Jetzt kommen Sie erst mal mit uns. Kommen Sie. Ich bin dran. Schön, oder? Ich würde mal hier. Du hast halt alles. Nur noch näht. Hast du keine Hosen mehr? Nee, sind alle verkauft. Das spielt doch für einen Mann wie Sie keine Rolle. Ah, nein. Wollen Sie gerne? Danke. Nur damit es nach was aussieht. Das ist aber schön. 15 Mark. Na gut, stimmt. Danke schön. Charlie, eine Base. Hey, Karin. Nählke, Fugel. Nur eine Rote. Du musst doch verkaufen. Hast du Teerose? Komm nach hinten. Das ist doch schön. Doch, krass. Wie viel? Vier, wie immer. Ist der neue Koncher? Was macht's? 20 Mark. Das ist doch immer teurer. Das Zeug wird immer gefragt werden. So. Jetzt sehen wir uns noch die Augen. Ja. Ja. Ist das schlimm? Na ja, es geht noch. Aber, können Sie so weitermachen? Was ich mir gedacht habe. Uber. Guten Abend, Kommissar. Gut, dass ich Sie noch erwische. Können Sie mal zu mir ja runterkommen? Hallo Freunde, wie geht's? Wie viel? Tino, ich brauch was. Bitte? Ich brauch was. Ah. Na ja, wie viel? Na, wie viel brauchst du? Ziemlich auch. Das ist eben für jeden Fall. Dutzend? Dutzend. Na ja, mindestens. Sei nicht so hart, bin ich. Also. Ja, was ziehst du dich denn so? Du, ich würd's ja noch auffälliger machen. Na, heilige Aktion. Richtig. 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 Sag mal, kannst du noch zählen bis zu mir? Ja, hatte ja gelernt, war du in der Volksschule. Also, da, deine Küche. Na los, was ist? Da fehlt noch ein Zehner. Wir haben doch feste Preise. Dann hör mal. Also, für Stammkunden nicht wahr, Silvia? Ja. Das gibt's doch nicht. Also, zahlst du es eben. Ich bin doch eh schon pleite. Doch, mir egal. Na, das kriegen wir schon wieder. Das wird schon wieder. Also, haben wir's? Na, ihr seid ja vernünftige Leute. Sonst gibt's eben nichts mehr. Ach, wie witzig. Gib am besten zwei Mal. Gut, zwei Mal. Weiß ich, aber... Na, Frau Leinkramer? Ist gut. Was ist denn schon dabei? Ja, finden Sie. Ich will Ihnen mal was sagen. Sie sind doch noch sehr jung. Gehen Sie vielleicht noch zur Schule? Ja, ich steh vom Abitur. Na, sehen Sie. Dann machen Sie solche Sachen. Seit wann rauchen Sie denn das Zeug? Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben. Mir ist schlecht. Was ist das erste Mal? Na, besser? Ja. Haben Sie sich bestimmt netter vorgestellt, was? Tja, die haben mir solche Sachen erzählt. Ach ja? Wer denn die? Na ja, die Jungs, die mir das Haschisch gegeben haben. Sie sagten, es macht... Na, was denn? Na ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Na ja, schon gut. Waren Sie sich ja neugierig drauf, was? Wissen Sie, was Sie sich damit antun können? Tja, über das bisschen Übelkeit kommen Sie weg. Aber wenn Sie nicht aufhören, dann ist es aus mit dem Abitur. Wollen vielleicht mal studieren? Wollen mal heiraten und Kinder kriegen? Aber das war bestimmt das letzte Mal, Herr Kommissar. Das müssen Sie mir glauben. Ja, ja, ja. Wollen wir hoffen. Wer waren denn die Burschen, von denen Sie das Zeug haben? Ich weiß nicht. Ich kenne nur von zweien die Vornamen. Der eine heißt Egon und der andere Karl-Heinz. Sind Studenten. Und wo hat das ganze Stadt gefunden? In der Wohnung von den beiden? Nein. Und wo wohnt er? Na? In so einem Nachtlokal in Schwabing. Dann ist der Lohn. Oh, dann ist... Hier ist der Ausweis. Na. Gehen Sie mal schön nach Hause. Schlafen Sie sich mal richtig aus. Ja? Wiedersehen. Und lassen Sie sich nach Hause fahren. Ja. Baumann, sind Sie noch da? Nee, bin schon weg. Ihr Pech. Nee, euer Pech. Wir müssen noch ein Lokal überprüfen. Haschisch. Und nehmt euch auf alle Fälle einen Streifenwagen mit. Genau, genau. Das Lokal heißt Denny's Saloon in Schwabing. Warum hältst du nichts zu? Wieso muss man da sonst wieder alles raus? Schwab da nicht so viel, rauch da mal selber ein. Ja, genau. Ich trau mir das nicht. Da, mir. Merkst du schon was? Nee, den geht noch nicht. Na, Abend, Rosa. Noch nicht viel verkauft, was? Na, Mensch, uns alt für die Rumlauferei. Nein. Machen Sie ihn hier? Das, das sehen Sie hier. Äh, Uwe, Sie bleiben am Ausgang, Sie wissen ja Bescheid. Was wollen denn die da? Hey, wie läuft das hier? Haben wir einen ganzen Dollar? Ich gehe in die linke Seite, ich gehe hier rüber. Der Tisch hinten in der Ecke ist interessant. Das war ein deutschlandes Zeitpunkt. Genau. Na, Abend, Herr Kumpelser. Darf ich mal Ihre Ausweise sehen? Hm. Muss man denn immer dabei haben? Man muss nicht, aber ist besser so. Die werden auch einen Führerschein oder sowas bei sich. Darf ich bitten? Ja, ist schon ein Besuch. Na und Sie? Wir haben beide in der Garderobe. Bleiben Sie mal hier, das können wir nachher erregern. Also was ist, gehst du mit oder muss ich meinen Schnapssalat trinken? Nee, ich habe noch was anderes vor. Keine Zeit. Die können Sie haben und trinken Sie auf mein Wohl. Gino! Hey Gino! Was war denn da drüben los? Kleine Razzia, die haben den Laden ausgehoben. Ach Gott. Wie haben Sie das rausgekriegt? Irgendwo hat das Fass ein Loch. Scheint so. Ja, das wird ja nicht gleich den Kopf kosten. Nee, Ian bestimmt nicht. Können Sie mich mitnehmen? Ich muss weg von hier. Na los, steig an. Ich bin ein Mensch, Herr da. Leg doch den Mantel gleich hier hinten. Okay. Willkommen rein, Gina. Lass uns ein bisschen allein hier. Hallo, Gina. Hallo? Na, setz dich doch. Nee. Whisky. Ja, bitte. Ich habe mir ein Mist, dass das ausgerechnet mir passieren muss. Ja, schließlich hast du damit doch mal rechnen müssen. Prost. Ja, sicher. Geschnappt haben Sie ja schon oft welche. Aber diesmal stecke ich bis zum Hals mit drin. Fünf Minuten vorher habe ich das Zeug noch verkauft. Ich bin gerade noch rausgekommen mit meinen Blumen. Wenn die mich bloß nicht verpfeifen. Das glaube ich nicht. Ja, ja. Kann ich noch einen haben? Damit würden Sie sich nur selbst reinreiten, weißt du? Ja, Sie wissen das vielleicht. Aber die? Sind Sie von denen schon mal in die Mühle genommen worden? Ich kann Ihnen genau sagen, was passiert. Spätestens in einer Stunde sagen Sie denen alles, was Sie wissen wollen. Und ich wette, wenn ich heimkomme, warten die schon auf mich. Ach, Quatsch. Ja, oder morgen. Oder übermorgen vielleicht. Einmal erwischt's mich. Und die anderen lachen sich nass. Welche anderen? Glauben Sie, ich weiß nicht Bescheid? Aber diesmal haben die Herren sich geirrt. Die Suppe löffle ich nicht alleine aus. Das sage ich Ihnen. Ich nicht. Ich packe aus. Sie werden sehen. Ach, das ist doch alles Unsinn. Wenn die glauben, Sie haben einen Dummen gefunden. Komm, 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 komm. Du kennst die Leute doch gar nicht. So? Ich könnte Ihnen ein paar Namen nennen. Von ein paar Arabern zum Beispiel. Die dicke Wagen fahren. Und ich sage Ihnen, nicht mehr lange fahren. Ich weiß gar nicht, was du machst. Sieh noch. Warum du dich so aufregst. Sie haben gut lachen. Mich haben sie gesehen. Wie? Frau Ebrard. Weit vor. Und langsam. Zurück. Weit zurück. Das war schon ganz gut. Alle Gitterfülle, meine Stimme. Arm noch gestreckt. Hoch. Schultern runterdrücken. So. Hier ist die Anlage. Studio, Franke, Berg. Frau Ebrard. So. Bonaia, takala, maali, bin Yusaf. Und ruhig. Zurück. Beizu. Na, man darf da hin. Arm strecken. So. Einatino, Allah. So. Und jetzt die andere. Wie? Na, na, ja, gut. Tino. So ist gut. Gleich vor. Bis jetzt ist doch noch gar nichts passiert. Mir reicht's. Das Beste wär's, ich ginge gleich freiwillig. Wenn ich bei der Polizei auspacke, komm ich sicher billig. Warten wir's an. Wo denn? Zu Hause vielleicht? Ich an deiner Stelle würde jetzt vor allem die Nerven bewachen. Und was mach ich damit? Das kommt mir wie Geruf. Kostet? Ein andermann. Na schön. Dann wären wir uns ja darüber einig. Das beweist überhaupt gar nichts. So? Da bin ich anderer Meinung. Sie haben das Zeug bei uns am Tisch gefunden. Aber muss es deshalb uns gehören? Nicht wahr, Silvia? Na klar. Ist ja zu dumm. Darauf stellt Ihnen kein richter Nachgefühl aus. Das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen, meine Herrschaften. Übrigens, das durfte Sie als angehenden Juristen interessieren. Die Aussage der Schülerin Eva Kramer. Sie wurde von Ihnen zum Halsschischrauchen verleitet. Von uns? Ich habe euch ja gleich gesagt, die soll die blöde Gans aus dem Spiel lassen. Na also, nun kommen wir doch endlich weiter. Und jetzt sagen Sie uns nur noch, wo Sie das Zeug herhaben. Dann können Sie gleich nach Hause fahren. Wir werden das. Ach, lass mich. Lass mich doch an die Infektion nach anfügen. Interessiert mich doch überhaupt nicht. Kommt, die Tour kenne ich doch schon. Ja, dann lässt es hier bleiben. Fahr zu. Hallo, Gino, was machst du denn noch so spät? Immer noch im Geschäft? Gerade bin ich fertig. Aha. Bist du allein? Ja, ich habe mich eben verkracht mit Egon. Was, schon wieder? Ja, der spinnt doch immer. Trinkst du ein Bier mit mir? Komm. Nee, ich muss nach Hause. Bin müde. Ach, du bist ja langweilig. Komm doch mit. Ach, denkste. Ciao. 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 Ich habe Zeit. Ja, du sagst ihm schon. Ist ja auch egal. Von irgendeinem Blumenhändler. Und wie heißt er? Weiß ich nicht. Die Leute nennen ihn Gino. Ja, sag mal, Redel, wir hatten doch damals so einen Blumenhändler. Hm? Nennt sich Gino. Ja, richtig. Ach, Georg Brandl heißt er. Dann ist er ja gar kein Italiener, oder? Hm. Dann stellen wir gleich die Adresse fest und schicken einen Wagen hin. In Ordnung. Isar an Isar 19. Isar 19. Richtig. Schalten Sie bitte auf I. Moment. Fahren Sie Nikolai-Straße 17. Ich wiederhole. Nikolai-Straße 17. Der Name ist Brandl, Georg. Brandl, Georg. Nikolai-Straße 17. Verstanden. Ende. Also dann los. Verstanden. Das war's. Okay. Ist es nicht die zweite links? Nee, noch eine weiter. Heute, Gebäude, erster Stock. Ich kann hier oben sein. Ich schau mal hier drüben nach. Komm doch, der ist doch sicher nicht zuhause. Ist kein Mensch oben. Nein, der treibt sich irgendwo herum. Und was tun wir? Ach was, das sollen die Kollegen von der Frühschicht übernehmen. Ich schau mal. Ich schau mal hier. Ich schau mal hier. Ich schau mal hier. Na, Löffler, lange haben Sie es nicht ausgehalten im Sanatorium. Ich war immer leichter voll. Hm. Knappe 60 bis 70 Kilo, schätze ich. Ich bin auch kein Schwergericht wie Sie, Herr Kommissar. Hier bitte, bedienen Sie sich. Wenn es auch nicht Ihrer Marke ist. Fangen Sie bloß nicht mit den alten Geschichten an. Damit Sie es wissen, das könnte ich mir gar nicht mehr leisten. Hm. Ziemlich teurer Spaß geworden heute. Wenn man scharf drauf ist. Das halten wir ihm. Wollen Sie mich vielleicht aufs Glotte ausführen? Na, gut denken Sie ihn. Ich habe ganz andere Sorgen. Ich habe da so eine Mordsache. Mordsache? Was habe denn ich damit zu tun? Hat er kein Mensch gesagt? Herr Kommissar, ich merke doch, dass da was nicht stimmt. Ach, Löffler. Wo waren Sie denn beispielsweise gestern Abend? Spätdienst. So. Frau Lichty, verbinden Sie mich doch bitte mal mit der automatischen Waschanlage Clearing. Ist gut, Herr Kommissar. Ah, hat sich schon erledigt, Frau Lichty. Na, so schön. Ich war bei meiner Freundin. Für meine Frau habe ich natürlich Spätdienst gehabt. Könnte man vielleicht Namen und Adresse der Dame erfahren? Kommt das vielleicht in die Zeitung? Das fehlt mir noch bei meiner Frau. Bleibt unter uns, Löffler. Na? Goldi Bergmann. Ach, Goldi. Ist ja goldig. Na, Erika Bergmann natürlich. Für mich heißt sie ja Goldi. Rohrsteig elf. Können Sie was besorgen? Vom Automaten? Ach, komm, komm. Hasch mich. Ich bin der Frühling. Oh, für Sie. Und pass mal auf. Ach, entschuldigen Sie vielmals. Aber ich kann jetzt wirklich nicht mehr länger warten. Ich muss ja nach Hause und... Moment, ich frag mal. Herr Niklas, Frau Thumer muss dringend nach Hause. Sie hat es sehr eilig. Ja, ja, wir sind ja gleich soweit. Augenblick noch. In Ordnung. Sie haben gehört, die sind gleich fertig. Noch eine Sekunde. Ja. Na, okay. Na, ist ja schön. Wann wollen Sie mit dem Mann reden? Na, heute Nachmittag vielleicht. Bei Ihnen in der Firma. Ja, gegen vier? Wir müssen sehen. Wiederschauen, Herr Kommissar. Wiederschauen, Herr Löffler. Frau Thumer kann bitte kommen. Na, sehen Sie, wir sind schon fertig. Sie können reingehen. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Entschuldigen Sie aber, ich habe nun wirklich nicht mehr viel Zeit. Sonst geht mir die Heizung aus. Ja, es sind ja nur noch ein paar Fragen. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Thumer. Ich kann Ihnen nicht mehr darüber sagen. Die Mordkommission hat mich zwei Stunden lang über ihn ausgequetscht. Und jetzt muss ich wirklich... Ja, ja, wir sind ja gleich fertig. Ja, sehen Sie, Frau Thumer. Wenn man mit dem Mieter zwei Jahre lang im selben Haus wohnt, dann lernt man ihn doch ein bisschen kennen. Nicht wahr? Doch. Nicht mehr als alle anderen Mieter. Na ja, und allein stehender junger Mann. Nett, ohne Reichtümer. Ich meine, es fordert doch geradezu heraus, dass man ihm ein bisschen unter die Arme greift, mal einen Knopf annäht, Suppe kocht. Na ja, das schon. Anfangs wenigstens. Und dann? Meinem Mann war es nicht recht. Eifersüchtig, was? Er ist den ganzen Tag auf dem Bau. Na ja, Herr Brandl ging ja erst immer abends weg, mit seinen Blumen. Nee, das macht er erst seit einem halben Jahr. Damals war er doch noch beim Theater. Was hat er denn da gemacht? Gesungen, im Chor. Warum hat er da aufgehört? Warum wohl? Denn da sowas steckt doch immer ne Frau. Mhm. Haben Sie sie gekannt? Vom Seen. Die war auch bei dem Theater. Tänzerin oder sowas. War nicht mehr die Jüngste. Und Schino war schließlich Anfang 20. Guten Tag, Entschuldigung. Sind Sie da gehört? Ja, bitte. Was, was wollen Sie denn? Können wir Sie mal einen Augenblick sprechen? Ja, selbstverständlich. Wenn ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein kann. Ach, Sie kommen sicher wegen dem Wachstum. Das kam vorhin schon im Radio durch. Ja, er war doch hier im Theater angestellt als Chorsäger. Ja, ja. Der wurde doch auch Gino genannt, ich glaube. Ja, stimmt. Können Sie uns da noch um den lassen, oder? Ja. Entschuldigen Sie. Ja, Förtner Operette. Nein, Probe ist schon aus. Ja, also das war vor einem halben Jahr. Ja, der Brando kam völlig besoffen zur Vorstellung. Es war Premiere Maritza. Er spielte den Offizier im ersten Akt und hat dem Tenor das Lied vollkommen geschmissen. Das stand sogar in der Zeitung. War das der Einzige? Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau. Wiedersehen. Der Daxi ist schon da. Ja, ja. Die war auch nicht ganz unschuldig da. Wer war denn da? Das ist Franka Berg, unsere Ballettmeisterin. Der Brando hat bei ihr Stücken genommen. Der war völlig verletzt nach ihr. Und Sie? Sie? Na, Sie kennen ja den Typ. Die hat es nicht lange bei einem aus. Jetzt hat sie so einen Ausländer. Einen Araber, glaube ich. Mhm. Tja, das wäre es wohl. Ja. Schönen Dank für Ihre Auskunft. Bitte schön. Wiedersehen. 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 So. Wie ist es recht? Ja, ich muss zum Leise bitte mein Tisschen absohlen. Vielleicht komm ich noch beim Friseur dran. Nein. Dann lass dich hübsch machen. Und die Männer in Tange? Oh. Ich denke, du willst deine Familie besuchen. Ja. Und den anderen. Ja. Ja. Also. Hoch und seit und vor und ab. Und hoch und seit und vor und ab. Und jetzt das Lege drauf. Hoch und seit und die Knie durchgedrückt. Und hoch und seit und vor und ab. Schön. Jetzt beide Arme nach vor und vor und. 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 Äh, Herr Lädchen, mach doch mal. Ja, bitte. Noch mal. Vor und. Und ab und vor und seit und vor und vor. Oh. Das kommt ein kleines Roller. Ist Frau Berg da? Ja. Wollen Sie sich sprechen? Ja. Sei so gut. Und die Arme aufgestützt. Und die Füßchen an den Kopf. So ist schön. Was ist denn? Da ist wer. Wer denn? Zwei Herren. Zwei Herren. Zwei Herren? Was denn, Augenblick? Aber seid schön leise, ja? Frau Kainer. Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte, dass wir hier so eindringen. Wir haben es doch eben im Theater gesehen. Sie sind von der Polizei. Dann wissen Sie ja auch. Weshalb Sie zu Ihnen kommen? Macht mal alleine weiter. Aber seid schön brav, ja? Bitte. Dankeschön. Geh weg doch. Dankeschön. Sie kommen wahrscheinlich wegen diesem Gino. Man hat mir im Theater davon erzählt. Bitte eine Frage, Frau Berg. Wann haben Sie Gino zum letzten Mal gesehen? Moment mal, das war ungefähr vor einem halben Jahr. Ich weiß nicht, was ich... Ja, Sie haben ihn doch gut gekannt. Es handelt sich schließlich um einen Mord. Ja, bitte. Dankeschön. Was habe ich damit zu tun? Wir haben lediglich ein paar Fragen an Sie. Sie scheinen aber doch sehr gut informiert zu sein. Da werden Sie auch wissen, dass wir uns vor einem halben Jahr getrennt haben. Und seitdem haben Sie nicht mehr getroffen. Doch, ich habe ihn gesehen. In Schwabing als Blumenverkäufer. Er hat nicht nur Blumenverkäufer. So? Was denn noch? Rauschgift. Haschisch. Und wir vermuten, dass er... Entschuldigung. Es hat ein bisschen länger gedauert. Die beiden bringen Sie gegen den Abend. Die Herren sind von der Polizei. Das ist Ali Ben-Josef. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Angenehm. Sie leben in München? Ja. Ich bin so frei. Ah, neu? Ja. Arbeiten Sie auch hier? Ja. Als Klavierspieler. Sie sind also hier in einem geregelten Arbeitsverhältnis? Ja. Alles in Ordnung. Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigung, Steueranmeldung, Alkohol. Alkohol? Auf Deutsch alles. Ich bring das schnell in die Küche. Ihr Deutsch ist ausgezeichnet, Herr Ben-Josef. Vielen Dank. Wohnen Sie schon lange hier? Ungefähr ein Jahr, nicht wahr? Ja. Vorher waren wir in Paris. Wir? Ja, meine Schwester Fatma und ich. Entschuldigung. Wohnen Sie auch hier? Nein, sie hat ihr eigenes Zimmer. Darf ich Ihre Adresse haben? Ja. Aber ich denke, Sie werden sie dort nicht finden. Sie arbeitet. Bleibt in Wilthauer Palm, Ungerer Straße, 25. Eine Sekunde. Guten Tag. Guten Tag, Herr Palm. Entschuldigen Sie die Störung. Sehr. Baumann. Das ist mein Kollege Riedel. Freud. Sie haben ja sehr schöne Sachen gemacht. Ach, das ist nicht von mir, das ist noch von meinem Vater. Womit kann ich die nicht sagen? Wir wollen ein paar Fragen an Fräulein Yusuf stellen. Fragen? Sind Sie von der Polizei? Ja. Aber nein. Das hätte mich ja auch gewundert. Sie könnte nicht bei Rotlicht über die Straße gehen. Ja, sie ist eben in die Stadt gefahren. Bitte wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Wir haben sehr wenig Zeit. Wir müssen zu einer dringenden Besprechung. Aber würden Sie so freundlich sein und dir diese Karte geben, sie möchte zu mir ins Präsidium kommen. Heute noch? Das ist eine reine Routineangelegenheit. Sie wissen ja, das hängt mit Ihrer Arbeitserlaubnis zusammen. Es gibt da bürokratische Anordnungen, die... Naja, das wär's. Wiedersehen, Herr Paar. Bitte schön, Jera. Schönen Dank. Wiederschau. Sie müssen sich ja auch noch mitnehmen. Schaff doch endlich das Zeug weg. Ich will es keine Minute länger im Haus haben. Das bisschen? Kaum der Rede wert. Überlass das bitte mir. Für das bisschen gibt's fünf Jahre. Okay, Chefin. Ja, bitte? Ach du, Fatma. Wir müssen durchreinigen. Die Tür war offen. Ich finde, Sie darfst gehen. Nach Arachseidane. Kutscheidane. Nach Arachseidane. Die Polizei war hier. Ich weiß, bei uns auch. Ich muss gleich hin. Wohin? Ich lasse in Baumann für eine Schulter. In Angelica Madone. Was ist los? Sprechgefällig ist Deutsch. Entschuldige, aber ich muss mich bei... Also... Welche Maschine jetzt? Die hier um 20 Uhr nach Genf, dann weiter nach Tanken. Wann kommst du zurück? Übermorgen mit der Mittagsscheidung. Ja. Und dann kommt das diesmal aus dem Zoll. Wird sich schon jemand finden. Du bringst die Sache wie immer zum Zoll, gibst mir den Aufbewahrungsschein. Wo fahren wir es hin? Bleiben wir bei der Ziegelei. Okay. Ciao. Bye. Bis dann. Mit anderen Worten, wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte. Ja, und was ist mit dieser Ballettmeisterin? Nur weil sie mal diesen Blumenhändler gekannt hat? Aber sehr gut gekannt hat. Und wenn ich an diesen Araber denke... Mensch, Riedl, hier ist doch der Bericht über den Mann. Da ist doch nichts drin. Na, ich weiß nicht. Ich hab so ein Gefühl, als wären... Sie lesen zu viel Tausend und eine Nacht. Nicht jeder Araber ist ein Rauschgifthändler. Na, konkrete Vorschläge? Abwarten. Was abwarten? Das Ergebnis der Mordkommission. Sie meinen wohl das Endergebnis, was? Können wir lange warten. In der Zwischenzeit müssen wir Informationen sammeln. Jede Information, ob wichtig oder unwichtig, kann interessant sein. Tja, eine Fleißaufgabe, meine Herren. Wir sollen uns wohl wieder mal amortisieren, was? Genau das. Und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, ja? Sind Sie zu Hause? Ja, ab 22 Uhr. Bis dahin? Privatleben. Was dagegen? Oh, verzeihen Sie bitte. Können Sie mir helfen? Ich muss zu Baumann, Zimmer 112. Zu Herrn Baumann? Da brauchen Sie bestimmt nicht drauf zu laufen. Die Herren sind sicher nicht mehr da. Ja, aber wieso? Ich bin doch herbestellt. Augenblick, ich ruf mal auf. Da haben Sie Glück gehabt. Da kommt der Chef des Sitzern Herz. Verzeihen Sie, Herr Kommissar. Ja, was gibt's denn noch? Die junge Dame sagt, sie ist bei Herrn Baumann bestellt. Ich dachte vielleicht, dass Sie... Ah ja, dankeschön. Bei Baumann? Ja. Ah, tut mir leid, der ist schon weg. Wie war denn Ihr Name? Fatima Yusuf. Ach, voll an Yusuf. Bin im Bilde. Aber ich bin in furchtbarer Eile. Macht es Ihnen was aus, wenn Sie morgen nochmal vorbeikommen? Oder vielleicht übermorgen? Bei Ihnen? Ja, bei mir. Wiedersehen. 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 Tag, Schröder. Ach, Herr Kommissar. Na, Schröder? Grüß Gott, Herr Kommissar. Andere Wagen für mich? Nehmen Sie vielleicht den da. Was ist mit dem hier? Nein, der muss erst quaschen werden. Ne, der ist genau richtig. Den nehme ich. Bitte. Und Sie meinen, Herr Kommissar? Also. Ich habe auch noch einen Geländewagen für Sie, Herr Kommissar. Ja, ja. Sofort. Ich komme gleich. Einmal. So. Na ja, schön. Wir sehen. Ja, was ist eigentlich? Guck! Ist der Mann schon da? Nein, da kommt er ja gerade. Hast du das mit? Ja, auf deine Verantwortung. Ist der auch in Ordnung? Was ich dir am Telefon gesagt habe. Das läuft, der Bekannter von Joe. Ich muss wieder rein. Wart auf ihn hier. Ich schicke ihn raus. Was macht? Sechs Mark. Und da ist dann auch das Wachs mit dabei. Eine Mark für das Wachs. Und muss das sein? Na, wir können es halt. Nein, Sie sind bereit. Nein, nein, nicht nicht. So, bitte, bitte. Danke. Eine Wäsche, bitte. Eine Wäsche. Eine Wäsche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020